Hallo, ich bin Nico Semsrott hier aus Brüssel. Ich wollte euch kurz mal ein Update geben. Ich bin jetzt offiziell Mitglied des Europäischen Parlaments. Ich habe auch schon so ein Badge bekommen. Und ich wollte einfach mal erzählen, was gerade der Stand bei den Verhandlungen um den Kommissionspräsidenten ist. Ihr habt ja dieses Video neulich gesehen über EU. Und es läuft so ab, dass im Rat die Regierungen den Kommissionspräsidenten vorschlagen. Und dann kann das Parlament entscheiden, wer der nächste Kommissionspräsident wird. Also die können den bestätigen. Und ich habe bis jetzt zwei Stimmen im Parlament organisiert. Ich rechne damit, dass das mehr Stimmen sind, als Manfred Weber gerade hat. Und soweit ich das auch verstanden habe, funktioniert das so, dass auch die Grünen mich vorschlagen werden als Kommissionspräsident. Aber vielleicht habe ich das auch missverstanden. Jedenfalls habe ich, weil es so viel Wartezeit gab, einfach mit einigen Fraktionen gesprochen. Und ich habe mich jetzt entschieden, die Grünen bei mir in der Fraktion aufzunehmen. Einfach, weil ich dann noch mehr Personal habe, um mehr Videos zu machen. Richtig los geht es dann aber erst Anfang Juli in Straßburg. Und dann gibt es auch die ersten richtigen Videos. Bis dann.